Moin, ich bin Alex, bin 20 und ich studiere Kommunikationsdesign. Ja, hi, ich bin Dominik Lukahoff, ich studiere mit den beiden zusammen auch Kommunikationsdesign an der Kunstschule Wandsbeck, 22 Jahre alt. Hallo, ich bin Dominik Delgado-Diaz und ich studiere auch mit denen zusammen. Und ja, wir kommen alle zusammen aus Hamburg, genau. Okay, erzählt mal was über euren Film. Was war das für ein Film, wie seid ihr darauf gekommen, was ist der Hintergrund davon? Ja, der Film heißt Machtspiel und ist im Rahmen des Semesterprojektes des Fachs Film entstanden. Wir hatten so roundabout acht bis zehn Wochen dafür Zeit und wollten, nachdem wir schon mal einen anderen Film zusammengedreht haben, mal einen Actionfilm drehen. Erzähl nur was dazu, genau, was macht ihr an der Kunstschule Wandsbeck? War das ein freiwilliger Film? Wie kam es dazu? Wir studieren an der Kunstschule Wandsbeck Kommunikationsdesign. Das umfasst sehr viele verschiedene Bereiche von Design, Zeichnung, Illustration bis hin zu Filmen, Fotografie und visuelle Systeme entwickeln und all solche Sachen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und noch eine Frage, ja, überhaupt zum Prozess. Wie lange habt ihr gedreht? Wer hat überhaupt, wer stand vor der Kamera? Wie seid ihr zu den Schauspielern gekommen? Wie war die Postproduktion? Ja, also es war so, dass wir für den Film einmal in der Woche Filmunterricht hatten, neben den ganzen anderen Kursen. Und da hat sich das über einen Zeitraum von so um die sechs bis sieben Wochen gestreckt quasi. Und wir haben für den Film, haben wir eine Schauspielschule angeschrieben, beziehungsweise auch mehrere, und gefragt, ob jemand da Interesse hätte, gerne mitspielen möchte, um diese Chance zu nutzen. Dann haben sich tatsächlich welche gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben Lust. Und genau, so ist das Projekt dann entstanden. Es war quasi ein Uniprojekt, was wir dann ausgeweitet haben und dann in unserer Freizeit gedreht haben. Und wie geht es jetzt weiter in Sachen Film? Soll es weitergehen? Es geht auf jeden Fall weiter. Wir werden jetzt Anfang nächsten Jahres an einem Filmwettbewerb auch teilnehmen, an dem es darum geht, in 99 Stunden einen 99-sekündigen Film zu produzieren. Letztes Mal schon mitgemacht und sehen das quasi jedes Jahr wieder als Challenge und wird gut. Dieses Jahr hoffentlich unter den Top 100. Genau, das ist der Plan. Vielen Dank und viel Spaß beim Festival noch.